Herzlich Willkommen zu meiner Veranstaltung, das ist eine Powerpoint Präsentation zum Thema Java im Rahmen meiner Meetup Gruppe die Reise in die Java Enterprise Welt und das ist der Kaninchen. Wer bin ich? Ich heiße Alexander Ardowski, ich bin Freiberufler, meine Spezialisierung liegt auf Softwareentwicklung und die testgetriebene Entwicklung als Java, Java EE Entwickler und auch JavaScript. Ich bin Oracle Certified Professional, Java EE 6 Programmer, ich bin Oracle Certified Java EE 6 Web Component Developer, ich bin auch ausgebildeter Fachinformatikanwendungsentwickler, genau und das sind meine Tätigkeiten, das möchte ich hier betonen, das ist meine Veranstaltung, Handeln, will ich auch kurz meine Dienstleistungen präsentieren, ganz kurz. Ich unterstütze ihre, ich unterstütze die Kunden bei deren Anforderungen und die Implementierung deren Fachanforderungen. Ich unterstütze auch bei der Weiterentwicklung von bereits laufenden Kundenprojekten, ich bin auch zuständig dort bei der Qualitätssicherung durch die automatisierten Genie-Tests und ich unterstütze meine Kunden bei Umstieg auf agile Prozesse und ich helfe meinen Kunden bei Erstellung von Fachkonzepten. So, das war's von meiner Werbung. So, bevor es weiter geht, ich möchte ein paar Dinge vorerst erwähnen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie schon bereits mit Java Sprache kleine Erfahrungen gemacht haben, das heißt Sie mehr oder weniger kennen den Java Syntax. Mein Vortrag geht grundsätzlich über die Sachen, was man allgemein bei Java Programmierung sich einfach verinnerlichen muss, als Java Programmierer einsteigen in Java Welt und diese Sachen werden Ihnen auf jeden Fall definitiv helfen bei Ihren Projekten. Nun, es geht weiter. Hier ist kleine Gliederung. Wie man sieht, ich habe schon einiges vorbereitet. Zuerst würde ich auf die Green Code eingehen. Dann werde ich auf Thema, wie lernt man eigentlich Java? Welche Bücher muss man lesen, um sich Java Sprache noch mehr verinnerlichen? Dann werde ich auf die Datentypen rangehen. Dann würde ich auch kurz erwähnen und erklären, was eigentlich Trade ist. Dann würde ich auch über die OOP-Konzepte sprechen, objektorientiertes Programmieren. In diesem Zusammenhang würde ich auch Maven erwähnen. Dann werde ich auch auf die Exceptions angehen. Dann werde ich auch das getriebene Entwicklung beschreiben und auch JavaFX. Jetzt schauen wir mal weiter. Was ist eigentlich ein sauberes Code, ein Clean Code? Nun, ist das ein Clean Code? Ich werde ein bisschen Zeit geben. Nein, das ist kein Clean Code. Was ist ein Clean Code? Ganz einfach. Ein Clean Code beinhaltet die Namen, die sich aussprechen lassen. Man verwendet aussagekräftige Namen für die Variablen und Methoden und für die Klassen. Man wählt auch passende Beschreibungen bei Verzeichnissen, in welchen man die Klassen speichert. Und das macht man auch so, dass man auch eindeutige Unterschiede in Namen sehen kann. Beispiel für ein Clean Code. Das ist ein bisschen aus der Nase gezogen, aber trotzdem. So kann ein Clean Code aussehen. Wie Sie sehen, es lässt sich durchaus sehr gut lesen. Und so sollte es eigentlich sein. Grundsätzliche Richtlinien. Ja, Quellcode muss definitiv lesbar sein. Man muss auch vermeiden, dass man im eigenen Quellcode die Kommentare entweder weglässt oder ständig diese aktualisiert. Mein Vorschlag ist immer dabei, schreiben Sie die Kommentare noch dann, wenn Sie eine schwierige Stelle in der Code haben, wo vielleicht unter Umständen mehrere Verständnisprobleme auftreten können bei Ihren Kollegen. Auf jeden Fall definitiv, man muss beachten, wie man die bestimmte Sachen kommentiert. Und wie ich schon erwähnt habe, man muss auch beachten, die Benennung bei Paketen. So, es gibt eine zahlreiche Bücher von Quellcode. Klinkort, entschuldigung. Wie zum Beispiel dieses Buch. Dieses Buch genau, beschreibt genau, was man eigentlich, wie man eigentlich den Quellcode gestalten kann. und wie das ein sauberes Quellcode aussehen kann. Also, dieses Buch vermittelt Ihnen die grundsätzliche Basiswissen, wie man das eigentliche Quellcode gestalten kann. Und ich würde auch empfehlen, dieses Buch überhaupt zuerst zu lesen, bevor man irgendwas anfängt zu programmieren. Dieses Buch geht schon auf die vorgeschrittenen Themen. Dieses Buch behandelt sogenannten Design-Entwürfer in sogenannten agilen zu fahre Umgebung. Würde ich auch empfehlen, das Buch zu lesen von Robert Cecil Martin. Das macht auch viel Sinn. Dieses Buch geht es darum, wie man ein wie man wie sowieso eigentlich ein professioneller Programmierer sich verhalten gegenüber seiner Vorgesetzten. Was als professioneller Programmierer man was soll der professionelle Programmierer den Vorgesetzten sagen über das Projektablauf oder sogar Voraussetzung schaffen, dass man das Mindeste Zeit bekommt, um die Sachen zu implementieren, was man als Programmierer implementieren muss. Grundsätzlich sind Vorschläge, wie man am besten produktiv in modernen Firmen wo Software entwickelt wird, wo man dort sich eigentlich am besten verhalten kann. Das würde ich jedem raten, das Buch ab und zu wieder zu lesen. Das schadet gibt es Buch über die Software Craft manship. Das Buch geht grundsätzlich über die Gemeinschaft von Programmierern. Programmierer wenig beschäftigen müssen mit Kreation von eigenen Silos sondern mehr über die nächste weitere Generation von Programmierern denken und sozusagen sorgen für eine produktive Arbeitsgemeinschaft von Programmierern. Dass man einander hilft, dass man einander beibringt, wenn man schon andere Techniken kennengelernt hat und dass man einfach am Ball bleibt und auch dabei die Professionalität behält. Sehr interessantes Buch würde ich jedem empfehlen zu lesen. Nun jetzt kommen wir zur eigentlichen Thema von Java Bücher lesen und lernen eigentlich. Wie lernt man am besten die Programmiersprache Java? Also dieses typisches Buch ist eher ein Nachschlage Werk. Zwar man kann die durcharbeiten. Es sind ca. 1278 Seiten. Meine Entschätzung ist es weniger sinnvoll komplett dieses Buch zu verarbeiten. Am Ende hat man nicht so viel. Am besten ist es so, dass man sich die Grundbasics von diesem Buch mitnimmt und erst dann geht auf bestimmte Probleme. aber nur dann wenn man diese Probleme trifft. Dieses Buch ist auch ein Nachschlage Werk. Wie auch immer, es kann sein, dass man nicht passend die Offline Version von den Java APIs hat, aber trotzdem bestimmte Sachen nachschlagen muss. Und dafür eignet sich dieses Buch ziemlich schon. Auf jeden Fall würde ich empfehlen. dann ein sehr 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 gutes Buch über Java, zwar für die Version Java 6, aber trotzdem dieses Buch hat mir persönlich geholfen bei der Oracle Zertifizierung und für diejenigen, die vielleicht an Oracle Zertifizierung interessiert sind, dieses Buch beinhaltet genau die relevanten Themen, was bei Oracle Zertifizierung kommen als durchzunehmen und durchzuarbeiten. Auf jeden Fall definitiv. Dieses Buch ist auch sehr interessantes Buch. Es geht dann über den Rand hinaus von den Java Basics, aber trotzdem, wenn man andere Bücher nicht mag, kann man auch dieses Buch probieren und ich denke, die wird auch viel Erfolg bringen. Dieses Buch auch sehr schönes Buch von Oracle Verlag Herbert Schild ist sehr sehr gutes Auto kann ich schon sagen würde ich auch empfehlen ab und zu nacht zu schlagen schadet nie. Dann gibt es von Riley das ist Buch was ich selber in Studium verwendet habe dieses Buch bringt Ihnen bei wie man wie ein Compiler denkt sehr interessantes Buch eigentlich Dann gibt es noch Effektiv Java nachdem man mindestens einer von den Basics gelernt hat und schon die Sicherheit in der Javasprache gewann dann nimmt man dieses Buch und da werden die Eckpfeile von Java betrachtet und auch bestimmte Aspekte in Javasprache die vielleicht problematisch sind und man versteht besser durchaus die Javasprache nach diesem Buch jetzt kommen wir zu den datentypen datentypen gibt es zu haufen in Java es gibt zuerst die elementare typen wie zum Beispiel byte short int long und so weiter und so fort wichtig ist auch dass man hier dass man weiß zum Beispiel dass bei string als standard wert egal welches string deklariert man dass es per default null ist das heißt man muss darauf achten dass wenn man string deklariert dass man auch die Variable mit bestimmten Zeichen belegt sonst hat man normal als standard wert man muss auch sich gedanken machen über die werte bereiche es gibt bei byte die werte bereich von minus 128 bis 127 bei short bis 267 1000 und bei anderen zahlen die größer man sollte sich dabei das vor augen führen man soll das nicht vernachlässigen weil es gibt auch viele fälle und mit den bestimmten werte bereich von einem bestimmten datentyp gehen kann was eigentlich nicht zulässig ist dann gibt es vrapa klassen die eigenschaft von vrapa klassen ist dass die sind immutable das heißt unveränderlich man kann zwar zuweisung führen aber zweites mal eine vrapa klasse zu weisen nicht gehen vrapa klassen sind einfach die datentypen für die zeilen werte und auch verzeichnen wie sie hier character und auch boolean und besonderheit ist dass bei den vrapa klassen wo man die zahlen abspeichern lässt man kann daraus über diese methoden sich die elementar datentypen gewinnen hier ist ein also ich gebe noch ein beispiel man muss auch beachten bei vrapa klassen wenn man eine vrapa klasse ein primitiver datentyp zuweist dann wird das automatisch in das vrapa klasse verpackt und umgekehrt man kann aus einer vrapa klasse einen elementaren datentyp rausholen und diese umwandlungen die können unter umständen rechenzeit kosten deshalb muss man das mit bedacht anwenden so jetzt zeige ich ihnen den code zuerst gehen wir auf die vrapa ihr könnt hier sehen hier ich habe hier 1 2 2 3 4 6 7 methoden jede methode spuckt ein bestimmtes value aus bei boolean habe ich einfach ein bestimmtes wert vorbelegt bei charakter habe einfach ein zeichen gespeichert aber bei anderen methoden gebe das maximum das dabei interessanteste tatsache ist dass zum beispiel bei ausgaben dass man hier muss ich kurz was abändern so dass man hier und sieht dass bei double kommt als maximales value ist infinity und bei float gibt es gewisse sachen diese zahl ist nicht immer 100% stabil als datentyp man muss schon darauf achten wenn man die werte als float speichert genau jetzt zurück zu der folie den wellcode sehen sie auch im github das würde ich auch uploaden typische problematik gibt es wenn man kasten verwendet da werden einfach die bits abgeschnitten und was meine ich darüber zum beispiel wir haben ein kleines byte wert und dieses byte wert will ich in einem long wert abspeichern das wird auf jeden fall gehen aber einen größeren wert in byte abzuspeichern das wird nicht gehen und hier ist beweis dafür hier sehen sie genau die situation man hat die methode bringt result casting long to byte bring casting byte to long und wenn ich das ausführe dann müsste ich hier hier ist das Ergebnis muss die Konsole eigentlich nach unten so genau jetzt ist besser geworden und man sieht hier das wirkt eben eine Zahl Maximum Maximum Value für long und versucht in einem byte abzuspeichern das ist die Methode hier ist die Quell code und man sieht dass man auch wenn man versucht den long value in das byte value zu packen das geht nicht aber definitiv was geht dass man den byte value in das long value abspeichert das würde gehen definitiv das geht deshalb ich empfehle auch verwenden sie falls es möglich raper klassen für ihre break einfach aus deswegen weil ihnen steht mehrere schnelle möglichkeiten die values entsprechend zu repräsentieren ich meine entsprechend in das elementar zu wandeln aber da muss man da muss man richtig aufpassen dass man diese zusätzliche infos nicht verliert so schauen wir mal weiter es gibt in java noch referenz typen das sind die referenz typen die lassen sozusagen als man kann eigene datentypen deklarieren und zwar zum beispiel wie folgt ich habe hier ein raumschiff bird of prey dieses raumschiff beinhaltet folgende values nicht values sondern variable member eigentlich hyper engine status tractor beam 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 self distraught status amount of phasers clock status und so weiter und so fort aber diese klasse ist mein eigenes entwurf und von dieser klasse über eine andere klasse kann ich instanze erzeugen da sind die objekte darauf werde ich noch mal eingehen jetzt kommen wir noch zu dem anderen datentyp es gibt in java noch datentyp die größere zahlen abspeichern und das ist typischer einsatz bei versichern und banken big decimal und sie können da values addieren subtrahieren multiplizieren dividieren das geht auch und hier ist das beispiel dafür verstecke ich das was mache ich hier ich hole mir das maximale value aus long und speichere ab in das big decimal value big number variable und dann und dann es heißt addieren dann addiere ich hinzu dieses teil und dann am ende will ich natürlich hier die zahl wissen und wenn sie das vergleichen hier ist der maximale wert für long und hier ist dann das endergebnis von addition bei einem big number ziemlich eindeutig nächstes thema dreadsicherheit das dread würde ich auch erwähnen was das ist jetzt würde ich einfach hier in den typen sagt diese dreadsicherheit sind von sich selbst aus dreadsicher was ist eigentlich dread man kann sich folgendes darunter vorstellen man hat mehrere ausführungsstrange auf jeden ausführungsstrang läuft ein unabhängiges prozess eigentlich nicht prozess sondern die klasse man stellen sie vor es gibt ein eisenband das ist eine klasse und dieses eisenband produziert mehrere eisenzüge diese eisenzüge objekte laufen voneinander unabhängig und das ist das wichtigste bei dread dass sie können nicht nur main haben als dread sondern sie können aus einer klasse mehrere dread objekte instanzieren und diese dreads laufen dann unabhängig unabhängig voneinander das ist eigentlich ein vorgeschrittenes thema aber ich erwähne es trotzdem weil man sollte sich auch davon um ein aufblick auf überblick zu verschaffen dass es auch dreads gibt so jetzt kommen wir zum thema oop objekte enthältes programmieren was ich verstehe darunter es geht zuerst um die klassen diese klasse kann innere klasse beinhalten nicht unbedingt sinnvollen konstruktoren methoden variablen und die hintere gedanke ist die dass man hat diesen entwurf und von diesem entwurf man entsorgt die objekte später diese objekte haben zwischen anderen objekten gewisse beziehungen aber darauf werde ich noch eingehen ganz wichtig ist thema von den zugriffen in java gibt es private protected public default ohne zugriff modifikate wie hier steht und das besondere daran wenn man private hat das heißt das wird nicht da gibt es keine vererbung möglichkeit von einer vererbung protected heißt man darf es an die vererbende klasse weitergeben die methoden und die variablen bei public darf man alle methoden und wenn das wenn jemand hat public als methode oder public als variablen das heißt jede beliebige klasse kann darauf zugreifen bei default gibt es keine besonderheit darauf gehe ich ein gleich hier ist ein typisches beispiel man hat drei verzeichnisse a b c in jeder verzeichnis man hat eine entsprechende klasse in diesem fall es gibt drei klassen vater sohn und tochter erben von vater und das funktioniert wie folgt er wird zurück hier 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 ich heiße hier Es gibt Vater, es gibt Sohn, der Sohn erbt vom Vater die Augenfarbe, sein Nasen-Typ, aber der Sohn kann Gesicht-Typ nicht erben, weil Gesicht-Typ hat ein Default-Zugriffs-Modifikator. Und die Haarfarbe kann er auch nicht erben, weil die ist private, das geht definitiv nicht, aber alles andere kann er erben, und wenn ich das ausführe, dann sieht man hier das Ergebnis, ich lasse es sein, äh, genau. Okay, ähm, das Besonderheit ist dabei, äh, bei anderen Konstellationen. Man hat Vaterklasse, und es gibt ein unehrliches Kind. Die unehrliches Kind ist in einem gleichen Paket, gleicher Verzeichnis eigentlich, wie das Vater, und dieses unehrliches Kind kann eigentlich diesen Default-Daten-Typ vererben. Und das geht auch hier, das ist der Beweis dafür. So, okay, ich will noch kein Song. Aber man sieht das, äh, das manchmal... Ja, das ist vielleicht besser. Genau. Der... Der unehrliches Kind kann von Vater erben. Definitiv. Äh, und das würde ich schließen. Das würde ich auch jetzt verstecken. Genau. Nochmal. Die Sohn und Tochter können von Vater private und, äh, entschuldigung, die Protected und die Public vererben. Private können die nicht vererben. Äh, 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 äh Abstrakt können Methoden auch sein. Mit final ist die Geschichte ist die, final bedeutet nichts anderes, wenn man final irgendwo sieht. Das heißt, sie können eine bestimmte Variable nicht überschreiben. Das heißt, einmal zu weit und das war's. Und ich glaube, es gibt auch final class in Schau. Man kann auch eine Klasse schreiben, die man sich nicht verändern lässt. Und bei Methoden ist es so, wenn man final Methode hat, final Name von Methode, dann kann man die Methode nicht beschreiben in der Subklasse. Dann gibt es in Java Schnittstelle. Das ist ein Vertrag zwischen mehreren Klassen. Es gibt außer von Schnittstellen so Sys. Sys ist eine Referenz auf ein Objekt, was man in der Klasse angelegt hat. Und zwar von einem Typ, die auch diese Klasse heißt. Hier ist der Beispiel dafür. Man hat hier die Klasse Doc. Doc, da wird die Instanz erzeugt. Und hier wird über diese Methode dann sozusagen aufgerufen. Ziemlich eindeutig. Dann die Sache mit Interface. Hier ist das Beispiel von Interface. Wenn man eine Klasse hat, die heißt zum Beispiel Scharfhund, die diese Interface implementiert, das muss auch Wort Implement sein, dann müssen dann diese Methode in der anderen Klasse implementiert werden. Das ist sehr wichtig. Also Interface ist nun ohne Rumpf. Seine Methoden sind ohne Rumpf. Und diese Methoden Implementation, das läuft dann nur in den Klassen, wo man die Wort Implement und dann die Bezeichnung von dem entsprechenden Interface verwendet. Ziemlich eindeutig. Dann die nächst wichtige Geschichte ist Überladen, Überschreiben. Beim Überladen ist es so, man hat zwei gleiche Namen, zwei Methoden mit gleichem Namen. Und bei einem anderen Namen, man lässt einfach zusätzlichen Parameter rein. Und dann ist es so, bei einem Aufruf von dieser Methode, bei einem Aufruf von dieser Methode, guckt Java Virtual Machine welche Methode soll ich nehmen, die oder die, und dann wählt ihr halt die spezielle. Bei Überschreiben ist es ein bisschen schwieriger. Warum wohl? Weil wir haben hier Visitation, weil wenn jemand von Journalist ein Objekt instanziert und das auf Breitartikel zugreift, dann wird das Breitartikel natürlich von Journalist aufgerufen. Spannender wird eher bei Journalist Trainee, die von den Journalist erbt. Hier muss man unterscheiden, was für ein Objekt haben wird. Wenn das ein Journalist Trainee ist, dann wird natürlich die Methode-Write-Artikel aufgerufen von Journalist Trainee. Aber da gibt es auch so komische Geschichten. Man kann in eine Vaterklasse ein Kind-Objekt weisen. Unter Umständen kann es ziemlich blöd laufen und man kann sogar die von der Vaterklasse Methode aufruf tätigen. Ich sage hier einfach, bauen Sie kein Mist auf und verwenden Sie saubere, getrennte Objekte. Das ist definitiv besser, anstatt eine komische Sache da zu machen. Aber so was möglich ist. Man kann eine Methode von einer Superklasse überschreiben, wenn das nicht als Final deklariert wurde. Eine wichtige Sache ist mit dem statischen und dynamischen Binden. Sehr sogar wichtig. Das geht eigentlich nicht über die Java-Sprache. Es geht eigentlich über die Java-Virtual-Maschine. Mein Verständnis ist die, beim statischen Binden gemeint ist, dass der Java-Compiler während der Übersetzungszeit den Quellcode liest und dann entsprechend die Methoden-Signaturen auflöst. Und bei dynamischen Binden ist es so, nachdem man schon den Byte-Code erzeugt hat und dieses Byte-Code wurde in Java-Virtual-Maschine geladen, da in diesem Zustand werden dann die dynamischen Aufrufe aufgelöst. Und es gibt einen schönen Satz dazu. Zuerst zum statischen Binden. Während der Übersetzungszeit Auflösung von Methoden durch den Compiler. Bei dynamischen Binden, Binden passiert zur Laufzeit als Ergebnis der Tätigkeit des Computers verursacht durch Java-Virtual-Maschinen. Also, wie schon gesagt, das sind so Sachen von Java-Virtual-Maschinen. Man sollte sich einfach das gehört haben, dass es statisches und dynamisches Binden gibt. Wenn man das genau wissen will, dann muss man sich entsprechende Infos holen. Welches Thema passt auch zum objektorientierten Thema? Die Entwurfs-Muster. Es gibt Erzeugungs-Muster, es gibt Struktur-Muster, es gibt Verhaltens-Muster. Das bringt natürlich den Raum meines Vortrags. Darauf würde ich jetzt nicht näher eingehen. Ich würde jetzt einfach die Bücher erwähnen, wo Sie das nachlesen können. Es gibt ein schönes Buch von Headfirst Design-Partners. Es gibt auch ein anderes Buch über Design-Partners. Die ist auch theoretisch, aber auch interessant gegliedert. Ich könnte es auch empfehlen. Es gibt ein Design-Partners-Java-Workbook mit Java-Beispiel-Quell-Code. Und es gibt Genk4-Buch. Würde ich auch empfehlen, die zu nehmen, zu lesen, aber die ist eher abstrakt. Und die meisten Quell-Code, die man sieht, ist auch 7++-basiert. Aber nichtsdestotrotz, ein Klassiker unter allen Büchern ist die Genk4, sogar von Grady Butch. Ja, annotiert. Mein Lieblings-Favorit unter den Büchern über Patterns ist natürlich von Robert Z. Martin, Green Architecture. Das würde ich auch empfehlen, nachdem man alle diese Design-Partners-Buch abgearbeitet hat. Das würde ich auch empfehlen. Jetzt spreche ich über die Erfahrungen aus der Praxis, bezüglich auf die Software-Architektur. Nun, Probleme mit modernen Software-Entwicklung, die gibt es. Und wie soll ich das beschreiben? Es ist wie ein Baum, der zuerst am Anfang wenig Äste hat und durchaus durchschaubar ist. Aber mit der Zeit wächst und wächst und wächst und wächst. Und irgendwann werden die Äste unüberschaubar und dann ist es schwierig zu sanieren, schwierig zu pflegen. Irgendwann muss der komplette Bau weg sein. Und in der Software-Architektur kann man auch ziemlich übertreiben, wenn man so viele Muster hat. Man kann diese Muster an ungeeigneten Stellen anwenden und dann funktioniert es einfach nicht. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, wir haben noch UML. Das ist Allzweckwaffe gegen die Probleme in der Software-Engineering. Ich sage nur für mich persönlich, UML ist kein Entwurf zum Entwerfen von Architektur, sondern ein Kommunikations-Tool. Mit diesem Tool ich kommuniziere mit anderen Entwicklern und Business-Analysten über konkrete Forschungen über durchschaubare Klassenvererbungen und Klassenbeziehungen. Nicht mehr und nicht weniger. UML für mich ist ein Kommunikations-Tool. Typischer Beispiel Klassendiagramme, Anwendungsfalldiagramme, Sequenzdiagramme. Kommen wir zu den weiteren spannenden Themen bei UML. Es gibt vier Stück, die man kennen muss. Assertion, Aggregation, Komposition, Generalisierung. Genau, hier ist die Folie. Die Folie ist sehr, sehr, sehr beschaubar. Ich würde sagen, normalerweise muss das eine durchgezogene Linie sein, um meine Assertion zu bezeichnen. Aber das sind schon die Einzelheiten. Die Zahlen, die sagen über die Kardinalitäten aus. Das sind die Einzahl von Objekten. Und anhand dieser Kennzeichnungen, man sieht, ja, aha, ich habe so viele und so viele Objekte an einer Stelle und so viele und so viele Objekte an anderer Stelle. Das sollte man eigentlich auch kennen. Es gibt Thema Aggregation. Das ist normalerweise wird verstanden als Besitz einer Beziehung. Also hier in diesem Fall ein PKW besitzt für Räder. Ziemlich eindeutig. Dann gibt es Komposition. Komposition, das heißt, besteht aus, eine Rechnung besteht aus meinen Posten. Das ist eher eine stärkere Beziehung. Und muss man auch beachten. Weil, wenn die Rechnung als Objekt ist, wenn die nicht mehr da ist, dann werden die Posten auch wechseln. Generalisierung letztendlich ist nichts anderes als eine Vererbung. Das heißt, der Sohn erbt vom Vater. Und wenn man dieses Wissen verwendet, dann kommt man auf dieses Diagramm. Die Tesla Roadster erbt vom Auto. Die Methoden und Variablen, die als Protected und Public deklariert sind. Man liest das eigentlich als Auto ist ein Tesla Roadster. Das macht schon Sinn. Und auf Deutsch heißt Auto ist ein Tesla Roadster. Ein Tesla Roadster hat ein Elektromotor. Ja, klar. Das ist ein Elektromotor. Ja, klar. Das ist ein Elektromotor. Und das ist auch ein Deutig. Und das ist eigentlich als Java Klasse. Wie schon gesagt, dieser Gedanke, dass man auf bestimmten UML-Diagramm eine Klasse schreiben kann, die ist schon so alt. Die kann ich sagen, funktioniert nur bedingt. Klar, man kann sich das generieren. Das heißt, man bildet ein UML-Diagramm aus. Ein Klasse UML-Diagramm mit allen möglichen Beziehungen. Und man kann darauf eine Klasse generieren. Aber ich halte davon nicht so viel. Warum? In der Softwareentwicklung leider ist es so, dass man manchmal widersprüchliche Anforderungen hat. Und bevor ich irgendwelche Klassen modelliere, ich möchte sicherstellen, dass da keine wiederkehrende gegenseitige Anforderungen gibt, die sich irgendwie schneiden und überschneiden. Deshalb halte ich grundsätzlich von solchen Designs nicht so viel. Aber in manchen Firmen das funktioniert sogar. Und wenn man dieses Wissen sozusagen aufgenommen hat und nicht so viele Gedanken gemacht hat, wie das aussehen kann, ich gebe Ihnen ein sehr gutes Abbild. So sieht eigentlich ein typisches Enterprise Architektur. Wenn eine an einer Stelle nicht klappt, wenn irgendwo an die äußere Kante oder in die innere Kante funktioniert, dann funktioniert die gesamte Architektur nicht. Deshalb das getriebene Entwicklung dann verwenden. Aber dazu sage ich auch etwas später. Bloß diese Vorstellung ist ziemlich eindeutig, was man eigentlich heutzutage in den Firmen sieht. Es gibt sehr schöne Bücher über die Software Architektur. Zum Beispiel dieses Buch von Bernd Brücke. Dann ein Klassiker Helmut Balzert. Das würde ich auch empfehlen, sich da die Gedanken zu machen oder zumindest einzulesen. Meine Lieblingsbücher über E-Mail ist das von Robert Seitzel Martin. E-Mail von Java Programmers. Jetzt kommen wir zu Maven. Maven ist ein Bauwerkzeug. Man kann mit Maven mit Java Java E-Ult Spring Projekten bauen. Das ist eine typische Pipeline. Und man kann dieses Pipeline bis zu Compile ausführen. Das heißt, da werden nur die Quellcode Klassen kompiliert. Oder nur bis Test Compile. Das heißt, man hat die Klassen kompiliert und auch die Tests kompiliert. Oder man kann das Ganze ausführen bis zum Test. Um zu sehen, ob das schon läuft oder nicht läuft. Da gibt es Package, Install und Deploy. Ein Maven grundsätzlich hat von sich selbst. Wozu verwendet man Maven? Was ist gut für ein Maven? Maven ist dazu da, um Ihnen als Java Entwickler Leben zu vereinfachen. Weil Sie müssen dann nicht die Bibliotheken selbstständig herunterladen. Das macht für Sie Maven. Maven hat nur eine einzige Konfigurationsdatei namens POM. Das würde ich Ihnen dann bei Ausführung von Quellcode zeigen. Das ist ganz einfach die Geschichte. Hier sehen Sie die Liste von Befehlen, die Sie ausführen können. Und was sind damit verbundene Phasen? Ziemlich eindeutig. Da brauche ich nicht so viel darüber zu reden. Es gibt in Java auch Ausnahmeereignisse. Nun, das ist so. Es gibt Checked Exceptions und Unchecked Exceptions. Die Java Long Error sind Unchecked Exceptions, die man nicht unbedingt, die man eigentlich nicht abfangen muss. Das sind die Fehler aus Java Virtual Machine. Die bei den Java Long Exceptions, die kann man schon abfangen. Und es macht schon Sinn, die abzufangen. Zum Beispiel die IO Exception. Das ist das Problem, wenn man eine Datei, die man lesen will, nicht gelesen werden kann. Oder zum Beispiel eine Klasse fällt. Aber ganz wichtig, die Runtime Exception zu checken. Zum Beispiel Arithmetik Exception, Nullpoint Exception, Number Format Exception, Index Out of Bounds Exception. Die kann man und in manchen Fällen lohnt sich das abzufangen. Wobei, ich sage mal, bei Nullpoint Exception soll man nie dazu führen, dass man irgendwo die Nullpoint Exception produziert, dass es dann schlechtes Programmieren steht. So, jetzt zeige ich meine eigene Exception Ihnen. Jetzt wissen wir die Schpillera im Deinem Eclipse. Jetzt schauen wir die Konsole. Wir haben die Schpillera im Deinem Eclipse. So, hier sehen Sie zwei Sachen, das brauche ich nicht, und jetzt noch meine Exception. Hier sehen Sie meine Exception, die ich selbst geschrieben habe. Da werfe ich noch keine Exception, aber ich deklariere meine Exception. So, wie sieht meine Exception aus? Und hier ist der eigentlichen Quellcode. Und zwar, der Gedanke ist, man übergibt den Text an eine Methode, die einen Text validiert. Diese Methode erwartet, dass da eine Exception vorkommt, dass da eine Exception geworfen wird. Und muss man beachten, dass bei Catch zuerst die spezielle Datentyp abgefahren wird. Und danach vielleicht, wenn man das nicht abfangen kann, dann kann man auch trotzdem Exception noch abfangen. Hier ist eigentlich die Methode, diese CheckText, die überprüft ist, ob der Text leer ist. Das heißt, kein Zeichen beinhaltet. Und wenn das drüge ist, dann wird eine Exception geworfen. Und dann wird das entsprechende Exception geworfen. In meinem Fall meine Exception. So, und so sieht es aus, meine Exception. Text ist empty. Das heißt, es wurde meine Exception geworfen. Was ich dabei noch sagen will, über 3 und Catch muss man definitiv arbeiten, wenn man das nicht will. Dann muss man die Exception, was auch getroffen hat, werfen. Das heißt, die Methode wirft eine Exception. Das heißt, man muss auch zusätzlich Trous und einen Exception-Typ schreiben. Und wenn man mit Datenbanken arbeitet und verwendet GDPC, man muss auf Infinelly-Block schreiben, also 3-Cache und dann Finaly-Block schreiben, wo man die Datenbankverbindung schließt oder Datei-Stream schließt. So was in der Art. So, nächstes Thema. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsthema, das getriebene Entwicklung. Es gibt Bücher, die zu dieser Thematik passen. Practical Unit Testing. Von Tomek Karzunowski. Sehr gut ist buch über Test getriebene, über Unit Testing allgemein. Über den Himmelen. Dann gibt schon es buch Growing Object-Oriented Software Guided by Test. Sehr gut ist buch. Sehr gut ist buch. Hat nur 384 Seiten. Und hält viele sinnvolle Ratschläge, wie man die Tests vorantreibt. Und dann entsprechend den Qualcode. Jetzt kommen wir einfach zu der Frage, was ist eigentlich die DDD? Das ist ganz einfach. Ich schreibe zuerst meinen Unit Test. Dieser Unit Test wird zuerst fälschschlagen, weil es gibt kein Code. Dann schreibe ich meinen Code. Dann passe ich den Test. Und dann, der nächste Schritt wäre, wenn das Test grün läuft, dass ich verbessere meinen Quellcode. Und wenn ich etwas Neues brauche, dann schreibe ich wieder einen Unit Test. Dann wird das wieder fälschschlagen. Dann passe ich. Dann schreibe ich ausreichend Code, um diesen Test zu passieren. Und man hat so einen Kreis. Und letztendlich hinter der Gedanke, dass man auch Design im Kopf hat. Man weiß auch, wie man Software, in welche Richtung das bewegt. Das heißt, nicht unbedingt, dass man ohne Designvorstellung die Software entwickelt. Das ist nicht der Fall. Was über diese Methodik, man hat die Möglichkeit, später bei mehr als 10 Klassen oder 100 Klassen immer noch in der Lage sein, den Quellcode in sauberen Zustand zu haben und in stabilen Zustand zu halten. Das ist ein sehr, sehr pragmatischer Gedankeweg. Es ist kein Test, um Testen zu lieben. Der Test getrieben lässt, Ihnen die Qualität von Ihrer Klassen sicherzustellen. Deshalb empfehle ich Ihnen dringend, diese Methodik bei Ihren allen laufenden Projekten anzuwenden. Auch wenn das bereits läuft, verwendet Sie die Test getriebene Entwicklung und das wird Ihren Leben später erleichtern. Typische Methoden, die ich verwende. Assert Z, Assert Not Null, Assert Equals. Meine Lieblings, wirkliche Lieblingsmethode ist die Assert Equals, weil die vergleicht tatsächlichen Wert mit den, nein, entschuldigung, die erwarteten Wert mit tatsächlichen Wert. So ist die Reihenfolge. Und wenn das nicht passiert, also wenn das falsch schlägt, dann kriege ich entsprechende Änderungen. Hier habe ich ein Buchstabe S gesetzt aus dem Platzgründen. Später können Sie das in der JUnit Guide nachsehen. Aber da sind die grundsätzlichen Asserts. Assert Z, dass dieser Assert erwartet, dass man eigentlich in dem Ausdruck kein False bekommt. Das muss man dann in der JUnit genau nachgucken. Wichtige, ganz wichtige Geschichte bei dieser JUnit Tests sind die Annotationen. Hier ist die Annotation, um bestimmte Methode, ganz von Anfang, von Beginn an, der Testklasse, wo man die Tests hat, auszuführen. Hier wird auch die Annotation after all für die Methode, die dann nach allen ausgeführten Tests dann letztendlich am Schluss ausgeführt wird. Before each und after each. Before each ist die Annotation, um eine Methode auszuführen, die vor jedem Testaufruf ausgeführt wird. After each wird ausgeführt, also das ist auch wieder eine Annotation für eine Methode, die danach von dem ausgeführten Test im Anschluss ausgeführt wird. Das heißt, ich habe 10 Tests. Nach jedem Test wird diese after each ausgeführt. Test Annotation bezeichnet, dass man die angegebene Methode als Test bezeichnen soll. Parameter heißt Test, das ist einfach dann, wenn man mehrere Werte hat, um die zu testen. Disabled, das ist einfach Test Ausschalten. Aber ich zeige Ihnen alles später in dem Code. So. Hier sieht man die Tests before each. Das wird jedes Mal initialisiert, vor jedem Testlauf. Dann hier ist der Test, welchen ich ausgeschaltet habe, weil das wird eine Exception. Hier habe ich parametrisierte Tests. Und ihr seht, dass es fast ähnlich aufgebaut ist. Aber wenn ich das alles ausführe, dann ein schönes Gefühl, wenn du weißt, dass das lokal sauber abläuft. Und natürlich sagt er, dass die Chain nicht vorhanden ist. Wie auch immer. So, ich muss... Ja, das ist auch sehr interessant. Hier müsste ich... Habe ich vergessen, mein Maven zu aktualisieren. Dat Project Force. Sehr schön. Ihr seht, dass er die Sachen da aktualisiert. So, jetzt kann ich eigentlich mein Maven ausführen. Mein Genie-Test ausführen. Ja, hier sieht man, dass man die Tests führt. Und einen Test habe ich disabled, weil das war die Vision durch Null Test. Aber ihr seht, das funktioniert tatsächlich und kann die Sachen testen. Und was teste ich? Ja, ich habe hier eine Taschenrechner-Logik geprüft. Addieren, subtrahieren. Die Vision. Und letztendlich kehren wir dann zum weiteren Thema. Die nächste Thema ist JavaFX. Nun, ich möchte hier auch Bücher erwähnen. Es gibt sehr schönes Büch... äh... Büchlein pro JavaFX. Die kann man durchaus während der Projektlaufzeit verwenden. JavaFX 8. Sehr, sehr schönes Büch über JavaFX 8. Das ist auch... äh... eher sehr praxisrelevant. Dieses Buch, äh... von Oracle Health, hilft Ihnen, mehr oder weniger, über die Steuer-Kontroll-Elemente zu erfahren. Sehr wichtig. Äh... hier ist ein Buch, über die... Eigentlich ist es für Beginner, der nur Bekanntschaft macht mit JavaFX. Würde ich auch empfehlen. Ähm... und hier... Sehen Sie so Beispiele, wie man eigentlich... Äh... Äh... Man sieht, dass JavaFX ziemlich moderne... Java-Gui ist. Weil davor war Swing. Und Swing noch war AWD. Und wer heute mit Swing noch arbeitet, äh... Ich denke, man... Ja... Man... 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 Man verliert viele Sachen... Und... Man verliert viel Arbeitszeit damit, meine Swing-Applikationen um noch am Laufen zu halten. Also ich würde eher auf JavaFX meinen Tipp geben, dass da... Äh... alle Swing-Applikationen müssen dann irgendwann auf JavaFX exportiert werden, weil... JavaFX eindeutig äh... weitergeführt wird. Zwar nicht von Oracle, aber halt von Community und... Äh... hinter... JavaFX Designer-Programm, ich meine... Die ganzen Widgets... Ihnen... Richtig äh... Zeigen lässt... Dieses Tool wird von Glow und Erdickelt, also... Das wird auf jeden Fall richtig gut gemacht. Äh... Äh... Typische... JavaFX Bestandteile... Fxml-Datei... Controller-Klasse, Modell-Klasse und natürlich die Main-Klasse. Und so funktioniert es. Der User, der... Bedient eine JavaFX Oberfläche, drückt auf die Buttons, klickt auf die Eingabefelder... Und daraus werden die Ereignisse produziert. Diese Ereignisse müssen... Von einem Controller abgefahren werden. Und diese Controller muss dann entsprechend das Modell aktualisieren. Ziemlich gut. Äh... Hier habe ich noch den... Den Graphen... Äh... Das ist... So sieht... JavaFX nach der Instanzierung. Nachdem das von Java instanziert wurde. Und ich zeige Ihnen jetzt den Quellcode. Und ich zeige Ihnen jetzt den Quellcode. Ähm... Man muss hier natürlich eine Methode überschreiben. Die Start heißt. Diese Methode setzt dann die Szene. Und dann wird diese Szene angezeigt. Dementsatz wird alles angezeigt. Äh... Wichtig ist auch... Dass man die ganzen Elemente nicht selber... Auf eine bestimmte Layout programmieren muss. In Java. Das ist dann einfach XML Datei. Die einfach... Äh... So. Hier ist dieses Tool. Äh... Ich habe das tatsächlich... Hier in diesem Tool... Äh... Die ganzen Steuerelemente... Zusammengewürfel. Man kann auch sogar... Hier... In der Demo... Sehen wie... Sehen wie das tatsächlich... Äh... Aus... Äh... Ziemlich praktisch. Meiner Meinung nach. Und... Und... Genau. Das einzige Marke ist die... Äh... Arbeit mit Controller. Da kann ich Ihnen... Empfehlen Sie bei Adam Bien. Das ist auch ein Freelancer. Der hat da... Spezielles... Äh... 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 Programmiert. JavaFX Afterburner. Diesen verwende ich nicht... Um... Die Sachen möglichst... Ähm... Einfach zu halten. Aber... Immerhin... Es gibt auch Lösungen... Auch in dem Controller. In diesem Controller... Äh... Äh... Ähm... 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 Hier... Wichtig... Wie... Wie... Wie funktioniert das mit den Ereignissen? Man muss eine Methode... Initializer... Schreiben... Und dann... Mit FXML... Entsprechend notieren... Und dann... Werden hier... Die ganzen Ereignisse... Entsprechend verarbeitet... Gucken Sie einfach... Gucken Sie einfach... Der Code... Bei GitHub... Da werden Sie... glaube ich... Mehr verstehen... Aber... Das ist einfach... Verarbeitung von Klicks... Nix... Nix anders... Ähm... Ähm... Weswegen... Weil... Das basiert... Auf... Eine... Noch hinter der Entwicklung... Laufender... Framework... Welche heißt... TestFX... Aber... Nicht desto trotz... Man kann... Durchaus... Äh... Die automatisierte... Test... Hier ausführen... Und... Das funktioniert... Wie folgt... Man hat... Man hat... Man deklariert... Entsprechend... Objekt... Und... Diesen Objekt... Lässt man... Ähm... Sozusagen... Hier ausführen... Das heißt... Ich habe hier... Button Klicks... Und dann... Entsprechende... Editionen... Subtraktionen... Operationen... Mit... Eingabe... In das Display... Von Taschenrechner... Und... Auch... Mit... Klicken... Von Buttons... Sehen Sie das einfach... Wenn ich den Test... Ausführen... Sieht ziemlich schön aus... Also... Man sieht... Eindeutig... Das ist möglich... Das ist natürlich... Eine der Sachen... Die ich sage... Bei JavaFX... Das ist ziemlich gut... Funktioniert... Und... Für manche Firmen... Ich denke... Das ist schon... Profitabel... Die automatisierte... UI Test... Durchzuführen... Wobei... Wie schon gesagt... TestFX... Ist ein Tool... Die... Nur... Bedingt... Verwendbar ist... Man... Man... Man muss schon... Das ist dann... Bei der nächsten... Vorlesen... Ähm... Das Dokumentation... Ist eigentlich... Mittelmäßig... Von... Äh... TestFX... Äh... Weil TestFX... Selbst noch... In der Entwicklung... Ja... Aber... Für die Test... Ist das... Durchaus... Taglich... Es gibt ein... Praktisches Beispiel... Mein Projekt... Da würde ich... Ihnen... Kurz... Präsentieren... Weil... Ich habe... Die... Gelegenheit... Dazu... Und... Es... Funktioniert... Nicht nur... Auf... Einfacheren... Mit... Einfacheren... Sachen... Es... Funktioniert... Auch... Durchaus... Bei... Komplexeren... Hier... Die... 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 Man... Verwenden... Kann... Ein... Wص... Es... Edgargele... Und... Dann... Entsprechend... Gerinn... und da gibt es dependencies in den dependencies werden die libraries genannt mit entsprechenden versionen also darauf werde ich jetzt nicht so ganz stark eingehen aber das ist halt und jetzt führe ich einfach hier die tests und ihnen zeige ich ihnen sozusagen wie eigentlich test framework abläuft wenn man wenn man ein so richtig großes projekt zwar bucket manager mittelgroß mittelgroßes projekt ist aber immerhin er sieht da gutes beispiel für testgetriebe entwicklung hier ist mein customized file chooser die ich geschrieben habe und man sieht deutlich dass ich hier meine sachen richtig gut testen kann klicken auf verzeichnisse klicken schreiben in das eingabefeld genau dann das ist meine applikation man kann hier auch sachen ziemlich gut ab das ist nur lediglich der beweis dafür dass man automatisierte tests mit einem gewissen aufwand ja realisieren es ist nicht so dass man nur quellkorts schreiben muss genau da da prüfe ich einfach ob ich wirklich die sachen eröffnen kann genau das und ihr seht ich habe hier in meinem kleinen in anstrengungszeichen 176 test und alle laufen grün sind habe ich über gesprungen keine ahnung warum aber das ist halt die erfahrung aus der praxis und ich glaube das war es eigentlich von meiner seite was ist take home message ich würde sagen testen testen nochmal testen egal welcher framework schreiben sie ein test zuerst testen sie auch in der enterprise anwendung besonders die müssen richtig sauber getestet werden sonst haben wir ein problem irgendwann ohne testen ohne testen wird das immer problematisch sein die große anwendungen zu entwickeln weil wenn man so viele abhängigkeiten hat wie in bestimmten modernen projekten bezweifle ich schon an deren gesunden menschen verstand deshalb für sie als diejenigen die gerade jetzt die erfahrungen mit java machen lernen sie wie man j-units schreibt und wie man die test getrieben die eigene projekte realisiert es gibt auch die sache mit dem mockups mockups sind die frameworks leider aus zeitgründen habe ich das nicht geschafft in das heutige veranstaltung einzubringen aber trotzdem die mockups sind dann sinnvoll wenn man tatsächlich will bestimmte verhalten nachzuahmen mein rat gucken sie das an wenn einer dieser mockups ihnen gefällt bleiben sie dran verwenden sie mockups wenn das sinnvoll ist ansonsten versuchen sie ohne diese mockups ihre test zu schreiben das musste eigentlich definitiv möglich sein so nächster abschnitt auf community vor den leuten die gleiche vorstellung über software qualität haben wie mich ich bin auch teilnehmer von software kammer und ich finde diese organisation ziemlich gut es gibt einmal pro jahr bei dativ code retreats würde ich auch in ihnen empfehlen teilzunehmen es schadet nicht einander zu treffen und über die projekte zu diskutieren und eigene programmierte techniken zu verbessern ich wünsche ihnen ein freies neues und gesundes neues jahr und ich hoffe mal vielleicht sie persönlich kennenzulernen oder einfach in kontakt mit ihnen zu trennen falls sie interessante projekte für mich haben meine kontaktadress haben sie auch hier zu sehen die gesamten quellcode und die folien werden auf meinem github sein und mein github ich glaube habe ich nicht genannt jetzt werde ich das kurz präsentieren da ist mein github und hier werde ich meine repositorien finden da würde ich meine folien heute noch schaffe ich ablegen ich bedanke mich nochmals für die für ihre aufmerksamkeit alles gute im neues jahr vielen dank